Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground 2 Für den Nintendo DS Mein neues Lieblingsspiel So kann man es in etwa sagen So, ich weiß gar nicht wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind Ich glaube hier war es saukacke Ich glaube hier hatten wir gar nicht so eine gute Chance gehabt, weil die Strecke auch sehr scheiße war Genau, da war etwas Und vorzügliche Gegner, die fast ausschließlich perfekt fahren Das ist natürlich saugeil Tja, schauen wir mal ob wir es schaffen, sonst müssen wir uns noch an die anderen Kategorien reinwerfen Weil bleibt ja nichts anderes übrig Aber ich finde es schön, dass der Erstplatzierte schon mal eine scheiß weite Führung hat Das lässt mich sehr optimistisch dieses Rennen starten Tja, aber anscheinend haben die Tuning-Teile auch was gebracht, die wir drin haben Weil der Wagen steuert sich etwas einfacher, finde ich Also so leicht einfacher Immer noch nicht perfekt, aber man kriegt es hin Aber die Strecke ist auch sehr kacke Sehr viele Fahrzeuge Scharfe Kurven Und vor allem sehr schnelle Gegner Ich denke mal, wir quiten erstmal so lange, bis wir bei den anderen Sachen nicht weiterkommen So, hier haben wir einen Gegner nur Vielleicht kriegen wir das hier eher hin Ansonsten müssen wir uns bei dem Drag noch kümmern Und so weiter und so weiter Also viel wartet auf uns Naja, im Grunde versuche ich dieses Spiel einfach nur so gut wie möglich zu spielen Es durchzukriegen natürlich Das ist natürlich meine Hauptaufgabe Aber wir sind halt in diesem Projekt schon mit sehr sehr vielen Hindernissen gekommen Die nicht so ganz geil sind Halt sehr schwere Steuerung, finde ich Ja, finde ich super, dass Oh man Ich bin super, dass wir uns mit dem Ich bin super, dass wir uns mit dem Ich bin super, dass wir uns mit dem Hätte auch klappen können Wobei ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung habe was diese On The Sound Wie sich diese Punkte eigentlich Zusammen stellen Das weiß ich gerade gar nicht Naja aber wir kommen weiter Wow Ich finde es ganz klasse Fährt durch Ja Hat er sofort das Gebiet Aus diode technischen Gründen Was ich natürlich am aller allerbesten finde und dann beschleunigt er jetzt auch noch geil Also ich finde es ganz ehrlich Die KI hier ist Ziemlich stark Also ich wüsste zu gerne Wieso er das Gebiet jetzt einfach so bekommen hatte Wie das eigentlich berechnet wird Das wüsste ich ziemlich gerne mal Wahrscheinlich kriege er jetzt das Gebiet weil ich Keine Ahnung nicht perfekt gefahren bin oder so Boah ich hab keine Ahnung Das sind tatsächlich Dinge die ich sehr gerne selber wissen würde Naja aber durch probieren und so weiter werden wir es Ja hoffentlich lösen Ja hoffentlich lösen So er wird uns jetzt gleich Okay jedenfalls noch nicht überholen Wahrscheinlich gleich Gut er hat auch Probleme das ist gut Weil Ganz ehrlich die Strecke ist für den Arsch Ach drei Runden fahren wir Ich dachte das war es jetzt noch diese Runde So weil äh Ich habe aber keine Lust mehr nur noch runter zu fahren Nein habe ich tatsächlich nicht Achso wir müssen höchstwahrscheinlich die Bestzeiten von dem Äh Fahrer übertreffen Es kann sich schwer gestalten Finde ich Weil ich finde die Strecke ist sehr unberechenbar Ist das Ich denke ich hier wieder zu was Und ich denke ich finde das war es Das ist alles »Kolger« »Kolger« Vielen Dank. Ja, gewonnen. Hm, genau, weil er hat jetzt alle Zones geschafft und wir haben jetzt 7 Minuten komplett umsonst gefahren. Also, wenn das nicht großartig ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Das ist großartig, ganz ehrlich. Also, ich bin hellauf begeistert. Tja, fahren wir Track. Wenn wir da auch nicht gut drin sind, naja, dann müssen wir irgendwie was anderes finden. Hm, dachte ich mir schon. Okay. 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 Ein Fehler und easy verloren, wow, Leute, sowas liebe ich, ein Mini-Fehler und du kannst das Rennen komplett vergessen, ey, wow, also in Schwierigkeitsgrad haben sie hier saugeil gemacht, also ich hoffe, Leute, es haben sich ganz, ganz, ganz viele Leute lieber die PS2-Fassung geholt, weil die DS-Fassung ist wirklich Grütze. Ich spiele das Spiel gerade und... Ach cool, jetzt kann ich in Ruhe fahren. Haben sich alle kaputt gekriegt, ja, danke. Garage. Fuckin' Tuning, ey. Okay. 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 Das war's für heute. Alles klar. Das war's für heute. Dann müssen wir On the Zone machen. Finde ich super, dass die immer nur eine Sache da haben. Dann dürfen wir uns jetzt nochmal sieben Minuten On the Zone geben. Mit einer der schönsten Strecken im Spiel. Und einem Turbo Gegner, der wie auch immer er es hingekriegt hatte, schneller, besser Runden fährt als ich, obwohl er scheiße weit hinter mir ist. Wie auch immer er das macht. Es ist großartig. Was mich jetzt nur noch interessieren würde, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ob wir einfach nur mehr als er haben müssen. Also jetzt drei von vier meine ich. Oder wie das berechnet wird. Das ist so das, was mir jetzt gerade so als Frage nochmal kommt. Aber gut, das wissen wir immerhin schon mal, wie das Teil hier berechnet wird. Und da seht ihr ja gerade, Kollege, easy going. Ich easy perfect verkacken. Die Steuerung ist aber auch wirklich für absoluter Grütze, für den Arsch. Ich könnte hier Millionen Sachen noch sagen. Es wird alles perfekt auf dieses Game zutreffen. Also ich sag ganz ehrlich, vielleicht schaffen wir heute in dem Part absolut nichts. Also nichts wirklich großartiges. Wir werden es dann noch im nächsten Part versuchen. Und wenn ich partout einfach nicht weiterkomme, dann breche ich das Projekt einfach ab. Weil ich meine, ja klar Leute, ist zwar scheiße und so, aber dann fahr einfach. Dann fahr einfach deine perfekten Runden. Dann überhole ich einfach alles, was du machst. Und Ende. Weil ich bin hier komplett eingeschränkt. Ich habe absoluten Kack-Bonus hier. Die Autos stehen absolut goldrichtig. Und ich muss hier meine perfekten Runden fahren, da mein Gegner noch perfekte Runden schafft. Ich muss das Teil hier in 22 Sekunden gefahren haben, um es zu bekommen. Geil, jetzt habe ich 25 Sekunden Zeit. Muss allen gegnerischen, also allen Fahrzeugen hier perfekt ausweichen. Das funktioniert wunderbar. Besonders, wenn du gerade um eine Kurve kommst und da einer perfekt steht. Ganz ehrlich, ich finde das immer ganz cool. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel hier ein Auto überholen musst, kommt immer auf der anderen Seite auch eins. Also sehr wahrscheinlich. In deiner guten Wahrscheinlichkeit, also finde ich sehr nett. Also sehr, wenn du jetzt zum Beispiel hier ein Auto überholen musst. Also sehr, wenn du jetzt zum Beispiel hier ein Auto überholen musst. Also sehr, wenn du jetzt zum Beispiel hier ein Auto überholen musst. Also sehr, wenn du tatsächlich hier ein Auto überholen musst, ist mir das eine die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020